Willkommen bei Beeble Rocks! Okay, hi there! People keep asking... Moment, das muss ich nur einmal sagen! Hi there! The good people asked me, they didn't see the pedals very well, so I thought I will speak in general, because there's nothing special. I have so many pedals, and I took one and the other. The main thing is, you have to have your overdrive you are used to, and depending on what amp you will use, that should be your main sound. So for me, it's... I mentioned it very often, the MI Audio Tube Zone. It's a normal, but very good overdrive. And if I want some more, I have my pre-boosts. Fast, red snapper, which is a medium gain overdrive, or this Clion style things, but maybe I don't use it really. So I think I will play today with the small Franken ship. It's a Tweed Deluxe kind of an amp, with a very simple setup, only a Shure SM57, pointing somewhere. So it's not about the dream sound, it's how you have your sound as quick, as fast as possible. So the good thing with the Tube Zone is, it cleans up nicely, so I can... It's a clean sound for me. Tastes away. Volume Section in the vein. Das wäre genug für mich, für ein Lied. Wenn ich mehr möchte, probieren wir den Red Snapper, zusammen mit dem TubeZone. Das ist ein schwerer Geräusch. Lass uns den Grundeib probieren. Diese Art von Overdrive gibt mir einen Mid-Boost, zusammen mit der normalen Distortion, die ich sehr mag. Aber wie gesagt, probieren wir es mit weniger Gain. Wenn der Gitae stark genug ist, das in diesem Fall ist ein guter P90, dann denke ich, es ist ein sehr guter Geräusch. Und der Amp ist nicht grunschig. Ich zeige euch. Das ist der Geräusch der Amp. Sehr clean. Und diesen Geräusch kannst du auf irgendwelchen Volumen haben. Mit einer solchen Tune rein schlagen lassen wir uns mit dem gleichen Setup, mit einem가licen Tune im Auftrag perto und mit einer anderen Runde auf mit einer anderen Runde. Ich habe noch zwei Gitarren, damit ich ein schönes Playback habe, ein Superior Drummer und ein guter P-Bass. Und ich werde die Tube Zone benutzen und vielleicht für ein Gimmick die Oktar. Wenn es Raum gibt, weil diese Art von Gimmicks nicht in einer vollen Playback fit sind, so würde ich es in einer anderen Art adjustieren. Aber wenn es Raum gibt und Raum gibt, dann liebe ich diese Art von Gimmicks. Ich liebe es. Und vielleicht, wenn es weitergeht und weitergeht, dann werde ich vielleicht ein bisschen ein boost. Okay, bitte abonnieren. Vielen Dank für meine Kanal. Bis zum nächsten Mal. Das ist wirklich eine gute Möglichkeit von Gimmicks. Musik 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 Untertitelung. BR 2018